Hallo zusammen! Ihr findet mich jetzt auch auf YouTube. Hier lade ich regelmäßig neue Videos hoch über Bücher und das Schreiben. Das heißt Bücher, die ich gelesen habe, meine Lieblingsbücher, aber auch Hintergrundinfos aus dem Autorenleben. Schaut doch mal vorbei und über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Bis bald!